Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgab vom 26. Juni 2024. Dominik Foisi und Markus Sommer. Wir haben immer noch Schokolade. Spezialangebote vom Nebelspalter. Es gibt nicht mehr viel. Aber Dominik, komm, was geht es genau? Wer jetzt ein Abo löst, ein Jahresabo für 150 Franken zum Sonderpreis, der kommt obendrauf noch eine wunderbare, ich habe es selber probiert, eine wunderbare Schokolade von der Traditionskonfisserie Bachmann aus Basel über eine Nebelspalter-Schokolade mit unserem Logo. Das gibt es nur jetzt, wenn man jetzt zuschlägt. Genau, also wirklich, dann müsst ihr wirklich jetzt zuschlägen, sonst habt ihr nie mehr in eurem Leben so gute Schokolade. Gut, wir gehen zu der Politik in Bern. Heute ist die letzte Bundesratssitzung gewesen, vor den Sommerferien. Morgen geht es dann auf die Schulreise. Das ist immer ein bisschen so, dass dann sehr viele Geschäfte noch kommen. Man will alles noch erledigen vor den Ferien, deshalb haben wir relativ viel Stoff. Es kann gut sein, dass dann noch mehr Stoff dazukommt, den wir dann morgen noch einordnen müssen. Was ganz wichtig ist, ein Thema, das wir noch nicht ganz abschliessend jetzt diskutieren können, ist die grosse Frage gegen das Ständemeer. Der Bundesrat hat noch einmal darüber gesprochen, es geht um das Ständemeer bei dieser vermeintlichen Abstimmung, die dann mal kommt wahrscheinlich über die neuen Verträge mit der Europäischen Union. Da ist noch nicht ganz klar, jetzt, wo wir aufnehmen, noch nicht ganz klar, was da rausgekommen ist. Wir gehen aber mal zuerst zu dem, was klar ist. Martin Schlegel, so heisst der neue Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Dominik. Ja, das hat der Bundesrat heute entschieden. Er ist Nachfolger von Thomas Jordan. Der Antoine Martin wird Vizepräsident und Petra Giudin, wo bisher stellvertretendes Mitglied vom Direktorium der Nationalbank war, sie rückt ins Direktorium nach. Weitere Änderungen hat man nicht gemacht. Wenn man dann schaut in der Medienkonferenz, wer der Martin Schlegel ist, dann ist das jemand, der sehr viel Erfahrung hat und das mitbringt, das vielleicht das Erbe ist von Thomas Jordan, nämlich, dass wir gerne eine Nationalbank haben, die ein bisschen bünstlig ist, die ein bisschen schweizerisch ist, die ein bisschen zurückhaltend ist, die letztlich auch vor allem unabhängig ist von der Politik. Gut, und da liegt aber meiner Meinung nach gerade ein bisschen das Problem. Thomas Jordan hat seine Verdienste, gar keine Frage, aber er hat natürlich auch eine Geldpolitik gemacht, die wahnsinnig stark dazu geführt hat, dass man immer wieder probiert hat, den Schweizer Franken schwach zu machen. Das hat uns meiner Meinung nach sehr viel gekostet letztlich. Ich finde, seine Bilanz ist in dem Sinne durchaus auch durchzogen, obwohl ich ihn sehr sympathisch finde, und er ist ein bodenständiger und sicherer, intelligenter Mann. Das ist mal das eine. Aber das andere, und da muss ich jetzt wegen Martin Schlegel, das ist jemand, den ich nicht kenne, aber wenn ich Biografien anschaue, muss ich sagen, ist doch jetzt sehr ein unorigineller Entscheid vom Bundesrat. Das ist jemand, der eigentlich sein ganzes Leben seit der Universität in der Schweizerischen Nationalbank verbracht hat. Er war dann eine Zeit lang in Singapur, aber auch für die SNB und hat eigentlich immer, immer in dieser Bürokratie gearbeitet. Er hat eigentlich keinen einzigen anderen Bereich von unserer Gesellschaft kennengelernt. Er ist vor allem nie in der Privatwirtschaft gewesen, ist nie in einer privaten Bank gewesen, zum Beispiel. Aus meiner Sicht wäre es jetzt eigentlich absolut Zeit gewesen, dass man wieder mal über die Holt aus der Privatwirtschaft über die eine andere Perspektive hat, wo er ein bisschen weiss, wie gibt es in der privaten Wirtschaft. So wird die SNB auch immer mehr zu einem Bundesamt für Geldpolitik, wo einfach Beamten unter sich sitzen. Das sind alles gut ausgebildete Beamten, aber sie verbringen die ganze Karriere in der SNB. Das ist nicht gut. Vor allem auch Petra Csoudin, die jetzt auch ein neues Direktorium kommt, hat genau das gleiche Profil. Wiederüber, die in der SNB gross geworden ist, nie etwas anderes gemacht hat. Wesentliches. Das finde ich keinen guten Entscheid. Es ist so eine personalpolitische Langweile ist da ausgebrochen. Ich finde die Langweile gut. Ich wirklich, ausnahmsweise, ich bin sonst wirklich der Meinung, es braucht Austausch zwischen Privatwirtschaft und Staat, aber da ist wahrscheinlich die Langweile gar nicht schlecht. Also wir werden es sehen, weil ich, ich will keinen so einen Paradiesvogel mehr, wie es der Herr Hildebrand ist. Nein, nein, aber der Herr Hildebrand ist auch nicht irgendwie ein ausgewiesener Banker gewesen. So, man hätte jetzt wirklich einen ausgewiesenen Banker können bringen, der CEO gewesen ist. Sagen wir zum Beispiel, ein Seno Staub wäre ein interessanter Kandidat gewesen, wo lange jetzt bei der Fontobel gewesen ist. Wäre übrigens sogar noch von der Mitte gewesen. Gerhard Pfister hat da auch wieder geschlafen. Personalpolitisch nicht gemacht. Nein, es ist, nein, es ist ein schlechter Entscheid, Dominik. Ich kann dir sagen, das ist nicht gut, wenn man die ganze Zeit nur noch eigene Leute nachzieht und praktisch keine Frischluft mehr reinkommt. Aber wir sehen jetzt, wie es weitergeht. Wir haben noch andere wichtige Sachen, Neutralitätsinitiative von der SVP. Da hat sich der Bundesrat auch festlegen müssen. Was ist da der Punkt? Ja, er beantragt die Ablehnung von diesem Volksbegehren ohne Gegenvorschlag. Die Initiative geht dem Bundesrat zu weit. Das sei ein starres Konzept, das hier in die Bundesverfassungswelt geschrieben wird. Und die Übernahme von Sanktionen gegenüber kriegsführenden Staaten ausserhalb der UNO wäre gar nicht mehr möglich. Wenn es die UNO beschliesst, ist es möglich. Das ist ja so ein bisschen der Kompromiss, der im Initiativtext drin ist. Und die Möglichkeit von der Zusammenarbeit mit Militär- und Verteidigungsbündnissen sei nur noch möglich bei einem direkten Angriff. Das ist ja die Essenz vom Neutralitätsrecht. Dass dann, wenn du angriffen wirst, du selbstverständlich mit anderen Ländern oder Bündnissen kannst zusammenarbeiten. Vorher aber nicht. Der Bundesrat will sich weiterhin die Flexibilität haben. Die Initianten sehen das natürlich anders. Sie sagen, genau diese Punkte sind ja die Essenz der Neutralität. Dass man eben wirklich Sanktionen nicht einfach übernimmt und so. Und dass man eben überhaupt nicht zusammenschaft mit Militär- und Verteidigungsbündnissen. Genau. Und es ist eigentlich ein Dilemma, oder? Weil ich meine, die Flexibilität, da bin ich absolut überzeugt, die ist nötig. Und sie ist empirisch auch gut erwiesen. Die Schweiz hat nie diese Art von dogmatischer Neutralitätspolitik gemacht in der Vergangenheit, die die SVP jetzt in die Verfassung schreiben möchte. Weil sie gesagt hat, Christoph Blocher will sie in die Verfassung schreiben. Das ist ein ganz wichtiges Kind von Christoph Blocher-Initiativen. Jetzt ist das früher auf jeden Fall viel besser gewesen, dass wir die Flexibilität gehabt haben. Aber man muss auch zugeben, es braucht natürlich einen Bundesrat, der wirklich neutral sein will. Der immer neutral ist. Und der einfach fort de mieux ab und zu nachgibt, ein bisschen durchwurstelt im Interesse der grösseren Politik, die heisst Neutralität. Und heute haben wir natürlich im Bundesrat, da hat Christoph Blocher natürlich vollkommen recht, wo in vielen, also nicht alle, aber ein paar von diesen Bundesraten wollen schon lange Neutralität zur Disposition stellen. Aus verschiedenen Gründen. Früher war es wegen der EU, weil man unbedingt beitreten wollte. Jetzt ist es ein bisschen, weil man den NATO beiträgt. Zum Beispiel die Viola Amherd. Es ist ziemlich offensichtlich, dass die wirklich die richtige NATO gehen will. nicht an dem Beitritt, aber die will wirklich starke Annäherung. Also man kann der Landesregierung natürlich schon nicht mehr so trauen, dass sie Neutralität aus dem Herzen heraus wirklich einhalten will. Und trotzdem bin ich überzeugt, das ist ein Fehler, wenn wir es dann festschreiben. Wir müssen eher daran arbeiten, dass wir wieder Politiker im Bundesrat haben, die das verstehen, was Neutralität uns gebracht hat und immer noch Wert bringen. Neutralität hat aus meiner Sicht eine eindeutige Zukunft in der Schweiz, aber man muss sie ein bisschen anpassen, geschmeidig, ein bisschen durchwurschteln. Das muss man können. Und das Zweite, das Problem ist an dieser Initiative, es wird wahrscheinlich ein Nein geben. Und die Leute, die sowieso die Neutralität auflösen wollen, die werden sich immer wieder auf das beziehen und werden sagen, ja, schaut mal, das Volk hat das nicht wollen, also können wir da noch mehr relativieren. Also von dem her könnte es auch ein Schuss in den Ofen sein. Das könnte sein und das ist, glaube ich, das ist eigentlich fast schlimmste Szenario und das ist eben nicht ganz unwahrscheinlich. Andererseits, die Unterschriften sind sehr schnell zusammengekommen und sie sind nicht nur von SVP-Seiten zusammengekommen. Es gibt, halt das Konzept der Neutralität ist wirklich weit verbreitet. Die Frage ist, ob die Leute dann wirklich abstimmen können. Und das Zweite ist, es ist eben auch bei SP und bei Grünen verankert. Also wirklich im Sinn, was ist der Kern von dem Neutralitätsgedanken? Nämlich, dass man sich gegenseitig lassen lassen lassen. ein Nicht-Interventionsprinzip, wo eigentlich sehr auch ein bisschen ein pazifistisches, romantisches Prinzip ist und darum ist es nicht nur die SVP, die das gut findet. Ich bin gespannt, ob die Initianten das schaffen, irgendwie ihre Befürworter noch ein bisschen breiter aufzustellen, als es im Moment aussieht. Da hast du völlig recht. Das ist nämlich meiner Meinung nach wirklich, es ist eigentlich fast eingewachsene, die Neutralität ist wie in unsere Mentalität eingewachsen. Exakt. Das ist eigentlich seit 400 Jahren der Fall. Es entspricht total unserer Mentalität, auch wie wir sonst miteinander umgehen. Wir sind eigentlich immer für Ausgleich, wir sind gleichzeitig für Leben lassen, nicht eingreifen usw. Von daher hast du völlig recht, das ist in dem Sinn schon nicht chancenlos, diese Initiative, und ich möchte auch nicht, dass sie chancenlos ist, weil ich finde, es braucht Druck, es braucht unbedingt Druck im Bundesbern, dass Neutralität wieder ernster genommen wird. Es gibt viel zu viele Leute, die das Gefühl haben, das ist nichts, das ist nur noch voll Chlore und das ist falsch. Gut, wer das glaubt, der sollte mal die Geopolitik anschauen und mal schauen, ob die Schweiz wirklich so gut fahren würde, wenn wir irgendwo uns in einem Lager anschliessen wollen. Weil es sieht nicht gut aus, geopolitisch, vielleicht haben wir irgendwann in der dritten Weltkrieg zwischen China und Amerika, das ist gar nicht völlig ausgeschlossen. Und in solchen Zeiten ist es gut, wenn ihr eure Anlagen überdenkt und auf wahre Werte setzt. Und zu dem haben wir jetzt ein paar gute Informationen für euch. China empfiehlt neustens, in Silber zu investieren. Silber ist das wichtigste Geldmetall der Geschichte. Investiere jetzt in Silber mit einem S-Deposito von BB-Wertmetall. Beim S-Deposito steht das S für Silber, Deposito für Depo. Silber wird sicher in einem Zollfreilager in der Schweiz aufbewahrt. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich. Jetzt handeln, lang profitieren. Mehr Informationen unter www.silber-deposito.ch Gut, wir müssen noch natürlich den Triumph der Triumph der Schweiz, der eigentlich ein Triumph ist von Alain Berset. Er ist gestern gewählt worden zum Generalsekretär vom Europarat. Dominik, was gibt es da noch zu bemerken? Ja, er hat es geschafft, im zweiten Wahlgang ist er gewählt worden. Ich muss sagen, einigermassen deutlich, ich suche es jetzt gerade, es gab 112 Stimmen gemacht, irgendwo dort umeinander. Genau, 114 Stimmen, das ist am meisten Stimmen. Im zweiten Wahlgang musste er einfach am meisten Stimmen haben. Die Konkurrente aus Esseland und Belgien waren abgeschlagen hinten dran. Es gab offenbar noch ein Manöver. Man hat probiert, aus seiner Aussage zum Ukraine-Krieg von letztem Sommer, letzten Frühling, dass es gibt da Leute, die den Krieg antreiben. Da wollte man einen Strick drehen, das ist aber nicht gelungen. Er wird Generalsekretär, er hat einen wunderbaren Stadtpalast, in Strassburg, wo er zur Verfügung hat, 950 Quadratmeter. Ich mag ihm das gönnen, muss ich sagen, ich finde das ein bisschen schwierig, wenn man jetzt da sagt, ja, das ist ganz schlimm und so, er hat natürlich auch einen Chauffeur und so weiter. Interessanter finde ich den Lohn, er kommt ein Jahresgehalt von 300'000 Euro über und das steuerbefreit. Das finde ich schon verrückt, ein Sozialdemokrat, der Zeit für höhere Steuern geweibelt hat, kommt jetzt ein steuerbefreites Jahresgehalt von 300'000 Franken über seine Bundesratsrente von 230'000 Franken. Die wird wegen diesen 300'000 Euro um rund 50'000 Franken gekürzt. Aber das ändert nichts, er kommt an sich auf rund eine halbe Million und die Steuerbefreiung kommt darauf an, wo er seinen Sitz hat. Also wenn er im Kanton Bern wohnen würde, dann ist das ein sehr gutes Geschäft und Freiburg ist glaube ich ein bisschen besser, aber auch nicht wahnsinnig. Aber was ist das konkret? Das haben wir ja probiert auszurechnen, jetzt weiss ich nicht, ob wir schon so weit sind. Was heisst es konkret? Ich meine, 500'000, so wie ich die Progression kenne, das ist also in einem Kanton wie Friburg, schätze ich einmal, das sind gut und gern 150'000 Franken, die man an Steuern zahlt, wenn nicht mehr. Also das ist wahnsinnig viel an Steuern, die er da spart. Und dann gibt es ja noch eine andere Frage, die offen ist. Die armen Sozialdemokraten müssen ja eigentlich immer eine sogenannte Parteisteuer zahlen, das sagt man natürlich nicht, dass es eine Parteisteuer ist, aber es ist eigentlich eine Parteisteuer, die mehr Steuerzahler indirekt nach der SP finanzieren. Das ist eine totale Sauerei, muss man auch wieder einmal deutlich sagen. Aber wenn er jetzt die Mandate steuern, müsste ich zahlen und eigentlich müsste er es in meiner Meinung noch zahlen, weil das Amt hat er nur dank seiner SP. Da muss man schon sehen, er ist deswegen Bundesrat geworden und auch jetzt kommt er das Amt, weil er Bundesrat war. Was wäre da der Betrag, wo man rechnen müsste? Kanton Bern ist da wieder der Standard. Der Kanton Zürich, also gut, es gibt das in allen Kantonsparteien und so. Es ist aber eines der heisst gehüteten Geheimnisse, wie viel man muss abliefern von so Amtchen. Und alle müssen abliefern, gewählte Leute, aber auch Chefbeamte habe ich schon gehört. Ich habe nur eine Wegleitung zur Leistung und jetzt kommt eben das Wort Sozialdemokraten sind ja Weltmeister im schönen Wort erfinden. Es heisst eben nicht Mandatstür, sondern, jetzt musst du hören, Parteiausgleichsbeiträge. Oder? Tönt noch gut, Tönt noch Finanzausgleich, Tönt noch Gerechtigkeit, oder? Natürlich, natürlich. Ich habe einfach eine Liste von der SP Zürich Wenn er dort müsste das abliefern, dann müsste er 59'084 Franken abliefern. Ich muss sagen, wenn du sonst keine Steuern zahlst, dann finde ich das ja eigentlich noch gerecht. Genau, aber jetzt gehen wir mal vom Normalfall aus, dass er Steuern zahlt, aus Überzeugung, weil er sozialdemokratisch ist, er ist immer freiwillig vielleicht. Er ist dafür, für den starke Staat, er will nicht, dass wir verarmen. Und ich meine, wenn man den SP zuhört, hat man wirklich das Gefühl, wir sind kurz, also der Staat ist kurz vor dem Bankrott, weil er kein Geld hat, wegen der neoliberalen Politik, die es so nie gibt in der Schweiz, aber ist ja gleich. Also dann zusammenzählen, haben wir 150.000 plus 60.000, also 210.000 müsste er wieder abgeben, also die Hälfte von seinem Lohn, den er da verdient, in dem schönen, schönen, grossen Haus mit 950 Quadratmetern, wo ich gleich muss sagen, für jemanden, wo die Kinder nicht mehr klein sind, ist das schon verdammt viel, also ich weiss nicht, was er dort alles noch für Leute möchte, ich kann ja die ganze Familie plus die ganze Sippe noch einquartieren dort in Strassburg, nein, aber eben, die Hälfte müsste er abgeben, was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, wo ein wenig zu wenig rauskommt, ich meine, das Amt ist ja jetzt schön für Alain Berset, dass er das bekommen hat, wir gratulieren, ist ja klar, wir sind anständig, auch wenn wir seine Politik nicht immer gut gefunden haben, aber was schon erstaunlich ist, in praktisch kein Medium in Europa ist das vermerkt worden, also es ist no news, es hat niemand interessiert, und erstens ist noch interessant, der Europarat, ja, der hat man ja das Gefühl, wenn man vor allem das europäische Menschenrechts Gericht anschaut, hat man das Gefühl, das sei ganz wichtig, aber offensichtlich interessiert das überhaupt niemand. Nein, natürlich interessiert das niemand, also ich meine, was hat der Europarat bisher erreicht? Ich bin auch schon noch zur Zeit bei der Basel-Zeitung einmal auf Reportagen beim Europarat gewesen, das ist ein furchtbar wüsstes Gebäude, es ist noch wüsster als der Menschenrechtsgerichtshof, wo auch so zwei komische Säulen runde, runde tolken sind, es ist eine Art Menschenrechtsbunker, wenn du da reingehst, es gibt nur eine grausige Sandwich, komische Büro hat es, ich bin dann von einer, ausnahmsweise sage ich keinen Namen, ich bin von einer Parlamentarierin in eine Fraktionssitzung reingeschliesset worden, ich bin einfach hinten reingeholt und habe zugelassen, weil sie um Korruption gegangen ist, wo immer wieder ein Thema war, es ist ja irgendwelche Aserbaidschaner oder so, haben irgendwelchen Leuten irgendwelche Goldkettchen verteilt und so weiter, es ist ein richtiges Beispiel, dass es eben nichts bringt, so Weltregierings- oder eben Europaratsregierungs zu machen und, was ich dann auch noch erfahren habe, auch dort gibt es eine eigene Bank, die Europarat- Leute, die Leute, die dort arbeiten, wahrscheinlich auch die Parlamentarier, die irgendwie für sie auch wieder Fringe-Benefits produziert und jede Versuche, die Bank vom Europarat abzuschaffen, sind bis jetzt gescheitert. Genau, und das ist der Europarat, ich bin auch mal gewesen, ich habe genau den gleichen Besuch gemacht wie du, der Andi Gross hat mich damals eingeladen, Sozialdemokrat, der natürlich an den Europarat glaubt hat, und ich muss ehrlich sagen, der hat mir so leid da, ich meine, ich habe ja den Akkampf von der XOA und das ist ja der Lustiger gewesen, weil das ist so langweilig diese Sitzungen und die Plenarsitzungen, das war so endlos, also, ich glaube, in meinem ganzen Leben nichts langweiligeres erlebt, und ich muss sagen, der Alain Berset, der kommt noch auf die Welt, ich weiss nicht, was er da will, nein, das ist die Sache. Darum braucht er ein schönes Haus, ja, deshalb braucht er zum Trosten ein schönes Haus und einen grossen Lohn, aber das ist wirklich eine Institution, die eben genau so ein bisschen das, wie du so richtig sagst, die Weltregierung, die eigentlich nichts anderes ist, als eine eingebildete Weltregierung, wo eben gar nichts passiert, ausser Bürokratie, es erinnert ein bisschen an den Parteitag von der DKP, das war die deutsche kommunistische Partei in Westdeutschland, die irgendwie zwei Mitglieder hatte und drei Chefen, das ist so brutal, das müsst ihr auch mal schauen, da bin ich nie gewesen, aber ich habe mal ein Video geschaut, schaut mal einen Parteitag von denen, das ist wahnsinnig, also dass man so sich kann plagen, mit Paragrafen und Sitzungsreglementen, das muss man sich das erste Mal einmal vorstellen können. Gut, das ist jetzt das gewesen, also was noch interessant war, das wollte ich noch sagen, wegen dem Europarat, das ist natürlich ein Symptom des Bedeutungsverlusts, des Europarats, und das ist ja ironischerweise auch der Grund, warum Alain Berset als bester Kandidat geholt hat, weil er schon mal Bundespräsident war und nur weil die Europäer unser System nicht begreifen, wie sie nämlich gemeint haben, ja, Bundespräsident, das ist ja Staatschef, das ist ja Staatschef, das ist auf dem Sinne Macron oder Queen und das ist dann etwas, oder, und der hat dann Erfahrung und deshalb haben sie ihn gewählt und von dem her hat er jetzt auch ein bisschen profitiert, von dem, dass niemand in Europa die Schweiz überhaupt versteht. Gut, ja, nochmal ein wichtiges Thema. Ja, wir müssen eben, also wir müssen schon noch einen Moment reden über das Gutachten vom Bundesamt für Justiz, oder? Man hat jetzt an der Medienkonferenz den Journalisten einfach gesagt, geh mach, geh mach, wir wissen, ihr wartet alle auf das und wir werden das Gutachten online stellen und gerüchteweise, habe ich gehört, es gibt dann noch eine Art Präzisierung, so hat man es mir geschildert, wo der Bundesrat sagt, wie wir untertanen mit dem Gutachten umgehen sollen. Und das leitet mir im Moment nicht vor, wir tun das sicher auf nebelspalter.ch noch beleuchten und morgen wahrscheinlich auch besprechen, aber es schmeckt natürlich nur noch, wenn es eine Präzisierung gibt, dann muss das ja eine Distanzierung sein, wo man einfach Präzisierung nennt, oder? Schöne Wörter sind die halbe Miete in der Politik. Und nach unserer Information ist es ja so, dass das Bundesamt für Justiz antreten musste, das haben wir glaube ich schon gestern gesagt, die mussten auch in die Zeitung, das ist sehr aussergewöhnlich, es gibt es fast nie, dass Chefbeamte zum Bundesrat können, dürfen und so weiter, an den Nationalen Präsidenten zum Beispiel, ganz, ganz selten. Auch der General Gisan ist glaube ich höchstens zweimal im Bundesrat gewesen, das ist ganz selten. Und jetzt sind wir schon so weit, dass auch das zunimmt und die haben anscheinend ihr Gutachten müssen erklären, das ist ja vor allem Frau Kuster, die hat eigentlich das Gutachten geschrieben, ist eine Sozialdemokratin, auch das einfach eine Zumutung, wieder ein parteipolitisches Gutachten von der Euroturbo-Partei, auch das spricht nicht unbedingt für das Gutachten, aber wie gesagt, wir wissen es noch nicht genau, aber für mich schmückt es auch ein bisschen nach Distanzierung und nach Aufschub. Ich habe das Gefühl, jetzt wartet man einmal, bis die Verhandlungen endlich fertig sind und die sind ja, wissen wir nicht, aber man gehört es nicht so gut unterwegs, vielleicht geht das nochmal 10 Jahre, 15 Jahre, 30 Jahre, ich gebe dazu, Wunschdenken, das ist Wunschdenken, ich hätte gerne, wir würden weiterverhandeln bis ins Jahr 2023, Entschuldigung, dann wenn der Klimawandel sowieso die Schweiz einfach weggespült hat, dann gibt es ja, die Schweiz gibt es ja dann gar nicht mehr, sondern wir könnten die Bundesratssitzungen auf dem Matterhorn noch abschalten, das ist die letzte Insel, die es dann noch gibt. Nein, Spass besitzen, wir wissen es nicht, wir werden das morgen auf jeden Fall vertiefen, das ist es gewesen, Bern einfach an dem 26. Juni 2024, Dominik Foisi und Markus Somm, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch und ich betone das, wer diese Art von Journalismus schätzt, wer das gut findet, der soll uns unterstützen und der könnte uns am besten unterstützen mit einem Abonnement. In dem Sinn, denkt immer dran und das ist die zweite Botschaft, Ihr müsst euch nie, 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 nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, wünschen wir noch einen guten Abend und bis morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ... Untertitelung des ZDF, 2020